Weite Samuel Kapitel 21 Es war auch eine Teuerung zu Davids Zeiten drei Jahre aneinander. Und David suchte das Angelsicht des Herrn, und der Herr sprach um Sauls Willen und um des Bluthauses Willen, dass er die Gebäoniter getötet hat. Da ließ der König die Gebäoniter rufen und sprach zu ihnen. Die Gebäoniter aber waren nicht von den Kindern Israel, sondern übrig von den Amoritern, aber die Kinder Israel hatten ihnen geschworen, und Saul suchte sie zu schlagen in seinem Eifer für die Kinder Israel und Luder. So sprach nun David zu den Gebäonitern, was soll ich euch tun, und womit soll ich sünden, dass er das Erbteil des Herrn segnet. Die Gebäoniter sprachen zu ihm, es ist uns nicht um Gold noch Silber zu tun an Saul und seinem Hause und steht uns nicht zu, jemanden zu töten in Israel. Er sprach, was sprecht ihr denn, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zum König, den Mann, der uns verdirbt und zunichte gemacht hat, sollen wir vertilgen, dass ihm nichts bleibe in allen Grenzen Israels. Geht uns sieben Männer aus seinem Hause, dass wir sie aufhängen dem Herrn zu Gebäer Sauls, des Erwählten des Herrn, der König sprach, ich will sie geben. Aber der König verschonte Mephiboset, den Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, um des eides Willen des Herrn, der zwischen ihnen war, zwischen David und Jonathan, dem Sohn Sauls. Aber die zwei Söhne Rizpas, der Tochter Ajas, die sie Saul geboren hatte, Ammoni und Mephiboset, dazu die fünf Söhne Merabs, der Tochter Sauls, die sie dem Adril geboren hatte, dem Sohn Basileis, des Meholatitas, nahm der König. Und gab sie in die Wand der Gebäoniter, die wingen sie auf dem Berge vor dem Herrn, also fielen diese sieben auf einmal und starben zur Zeit der ersten Ernte, wann die größten Ernte angeht. Dann nahm Rizpa, die Tochter Ajas, einen Sack und breitete ihn auf den Fels am Anfang der Ernte, bis das Wasser von Himmel über sie troff, und hieß des Tages die Vögel des Himmels nicht auf ihnen ruhen noch des Nachts die Tiere des Feldes. Und es war David angesagt, was Rizpa, die Tochter Ajas, Sauls Kebsweib, getan hatte. Und David ging hin und nahm die Gebeine Sauls und die Gebeine Jonathans, seines Sohnes, von den Bürgern zu Jabes in Gilead, die sie vom Platz am Torbett Sejans gestohlen hatten, dahin sie die Philister gehängt hatten zu der Zeit, da die Philister Saul schlugen auf dem Berge Gilboa. Und brachte sie von daher auf. Und sie sammelten sie zuhauf mit den Gebeinen der Gehengten. Und begruben die Gebeine Sauls und seines Sohnes Jonathan im Lande Benjamin zu Zela im Grabe seines Vaters Kis und taten alles, wie der König geboten hatte. Also ward Gott nach diesem dem Lande wieder versöhnt. Es erhob sich aber wieder ein Krieg von den Philistern wieder Israel, und David zog Hinnat und seine Knechte mit ihm und stritten wieder die Philister. Und David ward müde. Und Jesbizunog welcher war der Kinder Raffas einer, und das Gewicht seines Speers war 300 Gewichterzes, und er hatte neue Waffen, der bedachte David zu schlagen. Aber Abizai, der Zeruiah Sohn, ralf ihn und schlug den Philister tot. Da schworen ihm die Männer Davids und sprachen, du sollst nicht mehr mit uns ausziehen in den Streit, dass nicht die Leuchte in Israel verlösche. Danach erhob sich noch ein Krieg zu Gott mit den Philistern. Da schlug sie Bechai, der Housatiter, den Saf, welcher auch der Kinder Raffas einer war. Und es erhob sich noch ein Krieg zu Gott mit den Philistern. Da schlug Ilhanan, der Sohn Jereorgims, ein Betlehemiter, den Goliath, den Gattiter, welcher hatte einen Spieß, das Stange war wie ein Weberbaum. Und es erhob sich noch ein Krieg zu Gott. Da war ein langer Mann, der hatte sechs Finger an seinen Händen und sechs Zehen an seinen Füßen, das ist 24 an der Zahl, und er war auch geboren dem Raffa. Und da er Israel wohnt sprach, schlug ihn Jonathan, der Sohn Simeias, des Bruders Davids. Diese vier waren geboren dem Raffa zu Gott und fielen durch die Hand Davids und seiner Knechte. Diese zwei habenice 물어� mir nicht, dass die reisen Wolf Eitherid an meinen spellen. Sehr hatte, dass er in Ehren hat, geht es um 4-4-áticas und nachdenkend raus echo ich an, wenn uns das jetzt hier einmal weg gegeneig tähän Efron erHögel haben. Und bis auf der Grüße sie auf beinginigt. Buizente wird Neue effective gefeiert.